Nummer 72, Sebastian Neumann mit Flame. Ah, weg da! Weg, weg! Lass läuf dich! Oh, Achtung! Hier hin. Hinten. Hinten. Schön. Geh! Das war schön. Oh, wie hoch der Kinn. Das ist irre. Brrrrt. Gut. Schön. Klasse. Ja. Komm, steh her. Errollig. Gut. Denk zu. Tunnel! Zu früh rüber. Zu früh rüber. Das war schwer mit dem Tunnel, das haben wir ja früher schon gesagt. Klasse. Komm, du mal um die Ecke hoch! Das war ein Lauf mit einer Verweigerung in einer Zeit von 4 und 3.